So, sind Sie da? So, Karin, komm auf, bitte. Ja, wir kommen auf Sie. Seid ihr bereit? Schon, oder? Das letzte Piers, 2012 im 8. Jahr. Jetzt möchte ich von euch wissen, wer ist schon länger, wo kommt? Sind Sie da irgendwie 3-4 Jahre? Wer ist das? Hand auf, das sind wir jetzt mal runter. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neunzehn, äh... 15! Wer ist das erste Mal hier? Aha, man! Hey! Applaus Applaus Mega! Ich möchte euch ganz herzlich begrüssen für den 57. Pixmix und ich möchte euch gerne die Referentin und die Referenten herzlich begrüssen für das letzte Mal und ich freue mich über eure zahlreiche Erscheinen und wir wollen euch nicht auf die Fotos spannen ich gebe gerade mal schnell ein Kanin das Mikrofon und ich wünsche euch ganz einen schönen einfach kurzwillig soll es sein und ich hoffe nicht, dass ihr Weltuntergang wollt in einem Moment, aber dann erzählen wir noch mehr Applaus 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 Ich habe gedacht, dass ihr da mal eine lustige Hunde an weil Uria Schachtlin immer Konkurrenz macht mit ihrem schönen glitzerigen Kleinen Ein paar Organisatoren also nicht organisatorisch in dem Sinn aber für die Präsentatoren und Präsentatorinnen haben das erste Mal auf der Pixmix schauen dass ihr das Mikrofon so einfach angenommen hat und nicht irgendwie so mit dem Mikrofon durchredet Pixmix ist gratis wird organisiert vom wunderbaren Pixmix Team das beste Teamwork welches es gibt und ähm herzlich willkommen meine Eltern ich habe da ein Plätzchen für euch davon gegeben mein 7.7.5 Vater auch von Pixmix also ich möchte alle das machen hey, wir sind da wunderbar Pixmix Team das stellen wir euch dann noch vor mit immer unglaublichem Engagement dann tun wir das alle freiwillig und ohne Geld auch organisieren der Eintritt ist gratis und ähm an der Palerischen Rechei Franken gibt Fremdenzuschlag und ähm das wäre es dann in Europa oder? Jetzt hat Jacques noch etwas Ich möchte gerne das Burgdorfer Team begrüssen welche gerade klutschen sind klutschen Nein wir haben ja zehn Wochen PIXmix auf Tour gemacht in Burgdorf und das ist ein volles Erfolg das hat total gesagt Merci Alex und willkommen und danken zum ersten Mal an den ersten Mal Applaus Und jetzt kommt mit unserem Urkriegsmixer der Mann der PIXmix zusammen mit dem Schablin in Tampferen gebracht hat Christian Amos Applaus Applaus Ich bin heute in der Welt rumgegangen Ich habe das schriebene Verklafen Ich habe ein trauriges Teilmoment Bienensterben Wir haben es hier mit einem Tierwitzbüe das zuständig ist für den Dritten auf unserer Gesamtsnahrung in dieser Welt fasziniert Das ist ein Tier das mich schon sehr früh hat aber fasziniert viel auf dem Land gelebt und im Arsumar eigentlich selber Alonik produziert Mit dem Imkern ist mir ganz eine ganz neue Welt aufgegangen also nicht nur ein Insektus Individuum kennengelernt Ich habe die Völker kennengelernt Ich habe gemerkt wie die funktionieren wie sozial das Wesen ist wie die Pop organisiert Ein Problem das habe ich gehabt das ist vor 10 Jahren erleben habe ich einen allergischen Schock gemacht und lernte bei mir bei mir bei mir bei mir immer noch bei mir unter das haben wir immer noch sehr feine Wohnungen zu Hause und dazu kann ich wohl dass plötzlich in der Loft-Gob-X noch ein Film der im Kamera noch läuft für alle die noch noch nicht sehen zu empfehlen nicht nur für ihn sehr spannend der Film zeigt auf wie absolut doof diese Menschheit ist in der Zukunft hier ein paar Ausschnitt im Vortrag hier wir haben hier imker der imker der imker der imker der imker der imker in 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 zu in in zu 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 sehr schwach werden dass sie nicht so gut erwehren dass sie krank werden hier die Varroa-Milbe ist sehr bekannt um den Inker das ist eine Milbe die aus China importiert wurde von Urzeiten die bei den warfen sie sich ansaugen und zu viel bis es stirbt ist eine Krankheit ist auch die so genannte Sauerblut wie sieht die weissen Larven sind gut zu zu dunkel in stellen das ist ganz schlimm wenn es mehrere Völker verheiden muss man die Vöter verbränen und dann tausende von Bienen die man umbringt das ist ein Bier ein anderer Ausschnitt ist die Produktion oder Massenproduktion von Honig in Kalifornien werden Mandeln produziert 85% von der ganzen Mandeln Produktion in Kalifornien werden dort in Massen gehalten sie besterben nur Mandeln sie werden auch von ihrer plantar zum anderen transportiert zu grossen Trucks mit dem resultat dass die Völker tot sind wenn sie ankommen das hat mir echt zu denken wie die Völker in der Masseproduktion wird vieles maschinell gemacht dort werden die Waben abgekratzt und kratzen auch entsprechend wie irgendwie ab die Völker alle auseinander gelissen seit der und der Künstler Tieren umbringen war der Mal ich habe das vorher nicht gewusst er hat die geniale Idee in Wien hat die geniale Idee mit den enzeln tieren den kreisl auf die chinesen Ich hatte noch nicht ganz begreifen, dass, wie gesagt, ein Ritual von Nahrung über das Besteuben von Birli entsteht. Wir sehen in diesem Film wie Hunderte von Chinesern von Haaren mit Pinseln auf die Gebäude umgekratzen und auf die mühsamste Art die Birli gehen zu bestäuben. Es ist viel dümmer, fast nicht mehr. Es ist noch nicht dümmer als die Amerikaner, als die Chineser vorgegangen sind. Ein Ritual gibt es eventuell. Die Carnica-Bienchen, die wir hier kennen, sind von Unstärken bedroht. Es gibt aber die sogenannten Killerbienen. In Brasilien hat man viele Todesfälle gehört. Das sind sehr aggressive afrikanische Befehlungen. Und es gibt aber Imker, die jetzt anfangen, mit dem Birli zu arbeiten. Und es gibt aber feine Wohnung und es ist die einzige Birli, die keine grosse Krankheit mehr hat. Ein Tipp für die, die sich für Birli interessieren. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.